Achtung meine Güte Ja vorwärts meine Axt wartet schon Kampfbereit Wo bin ich? Wo bin ich? Auf meinen Befehlen Vorwärts Also ja das wird lustig werden Wenn die Truppe schon so krass wird Dann sollten wir auf jeden Fall gucken Dass wir vielleicht doch nochmal Zehn weiteren Verteidiger Aufs Programm bringen Auf den Plan bringen Ich habe ja noch bessere Idee Wo ist der Feind? Und los Folgt mir Elen leite mich Mal gucken ob das klappt Lasst uns gehen Für Arin Sie greifen uns an Gefährten steht mir bei Nein klappt nicht Nein klappt nicht Elen leite mich Lasst uns gehen Meine Axt wartet schon Endlich wieder kämpfen Sofort Auf mein Zeichen Und los Mir nach Okay Nahrung haben wir Und los Folgt mir Schnell 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 Mir nach Folgt mir Hier fehlt noch einer Ah ja da Zu euren Diensten Auf mein Kommand Und los Der Wind ist günstig Verstärkt die Deckung Geht es los Versicht Gegner Verstärkt die Deckung Mehr davon Zeitlicher Angriff Schlagt sie zurück Ein letzter Fehler Verstärkt die Deckung Das ist euer letzter Fehler Hier Verstärkt die Deckung Okay bei der Helden Die sterben Was ist deine Falle Die Ahnen rufen uns Kampfbereit Kommt nur her Auf mein Befehl Die Ahnen rufen uns Hier Zum Angriff Das ist euer letzter Fehler Vorsicht Gegner Das ist euer letzter Fehler Kampfbereit Mit festem Schritt voraus Mein Herz ist ruhelos Die drucken auf jeden Fall Sehr viel Zeug Noch so ne Blutrüstung Letztes Bruchstück Verzauberung Brechen Hm Das Schild ist nicht schlecht Brauch ich nur Ein paar Level Lasst uns gehen Geht es los Der Winter wird Wind Lenke meinen Feind Kampfbereit Kampfbereit Dem Schritt voraus Hier bin ich Der Feind Mein Herz ist ruhelos Ich werde dort sein Empfange den Tod Das ist euer letzter Fehler Zu Befehl Gardenhelm Na Auf mein Zeichen Hier Mir nach Zwei Auslöscher Ich werde dort sein Auf mein Zeichen Kommt nur her Vorsicht Gegner Nur zu Das ist eine Falle Meine Axt wartet schon Das ist ein Hinterhalt Kampfbereit So noch mehr Vorwärts Zwerge Zu allem entschlossen Endlich wieder kämpfen So das heißt Es fehlt nur noch Hier unten Wir haben kein Mondsilber mehr Was aber nicht schlimm ist Weil wir haben doch Genauso viel wie wir brauchen Hier bin ich Vielleicht jetzt hat nur noch Das Eisen Stein haben wir auch Keinen mehr Eisen sollten wir aber noch Mehr als genug haben Ja Also ja Das war interessant Könnte noch interessanter Werden Meine Axt wartet schon Schnell Ich bin so das ist meine nur zu auf geht's da war ich am besten auch noch meine heilung an das ist stufe 6 und das ist auch stufe 6 also ja wie wir festgestellt haben so viel weniger mana wie er habe ich jetzt nicht er hat mehr banner ja das wird jetzt ein schlachtfest gleich werden das letzte teilstück ins mosaik zu setzen ja vor allem ist es auch noch das mit dem schädel drauf es ist immer ein schädel mosaik weil es immer irgendwie untote sind so in das mosaik wurden bereits drei teilstück wieder eingefügt letztes teilstück einsetzen das mosaik ist wieder vollsteig der boden zittert die luft wird faulig ja durch männer verstärkt die deckung das ist ein letzter fehler mehr davon bereits unsere kriegerin verloren lasst sie nur kommen die ahnen rufen und verstärkt die deckung kommt nur her schließt die reihen mehr davon erst mal den herr des mosaik loswerden das ist euer letzter fehler mehr davon mehr davon los lasst sie nur kommen haltet durch männer die ahnen rufen uns geht es los endlich wieder kämpfen was für eine schlacht hat aber auch wieder drittel level gebracht gartenhelm das ist gut was hat der meister dabei schädelmünzen sehr schön adelsbogen von dir arcana panzer ok den nehme ich dann nachher gerne rotes drachenschild werde ich wahrscheinlich nicht tragen können also ja und ja das sieg das mosaik ist fertig mal wieder das mosaik was nie richtig gerendert wird so jetzt sieht man es am besten auch mit den sachen drum herum gut das heißt das haben wir abgeschlossen wir haben also noch ein bisschen Zeit um miratour zu reinigen ja damit sind wir hier komplett fertig miratour ist portal die die echo-sümpfe am geschicktesten nicht es es nicht es 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 Und auch in Miratour ist ziemlich viel noch aufgedeckt. Ich will so sehen, wie die Flüchtlinge alle noch hier unten rumstehen und ich die Rebellen hier oben noch habe. Oh, äh, ja, bevor ich das mache, wird ja erstmal ausgetauscht. Was auch immer das bringen soll, ich verstehe es nicht ganz. Ah, gut. So, ich sehe mal eine einfache Zauberer-Kugel. Obwohl, maler Raub fände ich nützlicher. In die Orphan kriegst du... Magierschild. Wobe der Heilkraft steht hier ganz gut. Äh... Ja.